Das Personalordinariat unserer lieben Frau vom Kreuz des Südens ist eine Diözesan-ähnliche Institution der römisch-katholischen Kirche auf dem Gebiet von Australien für anglikanische Mitglieder und Gruppen, die in die volle Gemeinschaft mit der katholischen Kirche zurückkehren wollen, ohne ihr besonderes anglikanisches Ebbe aufzugeben. Das Personalordinariat wurde am 15. Juni 2012 durch die Kongregation für die Glaubenslehre in Abstimmung mit der Australischen Bischofskonferenz. Gemäß den Nommen der von Papst Benedikt XVI. am 4. November 2009 in Kraft gesetzten apostolischen Konstitution Anglikanorum Coetibus errichtet. Zum ersten Ordinarius wurde Harry N. Whistle ernannt, der als ehemaliger anglikanischer Bischof in die katholische Kirche konvertiert war und am 15. Juni 2012 die katholische Priesterweihe empfangen hatte. Kirchenrechtlich untersteht das Personalordinariat unserer lieben Frau vom Kreuz des Südens unmittelbar dem Heiligen Stuhl. Zum Patron wurde der HL Augustinus von Canterbury bestimmt.